Hey Affenfreunde und willkommen zurück hier bei Donkey Kong 64 und ich muss gleich mal das Mikro ein bisschen drauf tun, so erledigt. Ja Leute, im nächsten Part haben wir beinahe die Welt vervollständigt und jetzt holen wir uns die letzte Banane hier mit Donkey Kong. Hey Leute, wir müssen das Arcade Donkey Kong spielen. Das freut mich nicht. Ne, ist nichts an meinem Ding. Vorweg, ich werde es mit Safe State spielen, das würde sonst übertrieben lang gehen. Hätte ich 3 Part voll sicher mit dem Teil, weil es immer wieder neu anfangen muss. Das ist voll assozial. Ja Donkey Kong. Und ich setze mal in Safe State. So. Und los geht's. Und die Melodie, hört die Melodie an bitte Leute. Und jetzt hier, kauf, kauf, das machen wir doch. Gestern. Und. Ich würde sagen, ich setze den Safe State hier, sonst müssen wir immer wieder diese Sequenz anschauen. So. Ja Leute. Sorry, aber das muss ich mit Safe State machen. Das wird sonst viel zu lange dauern. Und mein Papagei, der räck mich ab und so sowas von auf. Ey, wie, wie. Hey, das is' fisch manchmal, ey. Kannst du's erst umbringen. scheiße weiter 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 ja willkommen peach warte nein nein geh weg oh mein gott ich will nicht sterben ich bin das erste der wir immer am schwersten ich weiß nicht warum aber ich kann es selber nicht wie gesagt ich bin ich so ich kann ich kann spielen das habe ich damals als kind nie geschafft ich wollte jetzt schon sagen machen geht darauf schon drei minuten aufnahme vier für diesen diesen teil hier verbraucht die dörren denn denn der wie so geht er nicht drauf ich kriege gegen kauf noch zwei versuchte mache ich den ersten aufs screen ein bisschen unbeneut das ist das ist so das ist sonst von der steuerung das ist zwar geil dass es hier wieder mal mario gibt aber es ist eine bestrafung das ist nicht lustig so leute wir sehen uns dann oben wenn ich oben bin ja ich bin oben aber donkey kong ist ein schlechter verlierer und wieder selbst setzen und weiter geht's flamme gewick flamme gewick schnell 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 weg nein 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 geht doch warum man blöde blöde leute jetzt geht ein bisschen schneller leute level 2 ist nicht mehr so schwer wie level 1 6 states und weiter geht's was ist die melodie keine melodie ja leute wieso sind keine melodie wie das bringt mich schon wenn ich die runterfalle ach komm ist hier unten irgendwie lava oder so warum kann ich da nicht runterfallen das level gibt es ja bei super mario hat wirklich nichts aus dem arcade leute wissen wieso eigentlich mario mario heißt weil nintendo damals mitarbeiter hatte der so ähnlich aussieht da wie was soll der scheiß das spiel rekt mich langsam auf das ist mein haus part ist doch scheiße mache kann mich noch so ja und hier keine melodie wo ist die melodie hin ja 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 das wird schwer das wird schwer ich sitz mal um 6 they do it so weiter geht's dritt 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 natürlich hier landet es genau gut hier kann mir nichts passieren hier war schon ich wollte schon sagen dass ich das nachher noch mal machen muss das Das kackt mich jetzt schon an. Das ist, glaub ich, das letzte Level, Leute. Und wieder Melodie der Rüttel. Weck. Wir müssen einfach hier die Platten... ...Gabuchi machen. Ui, mein Gott, oh 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 mein Gott. Ups, fail, ich darf ja Dunke auch nicht berühren. Ui, 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 und... Ah, nee, du scheiß Teil, du, ey. So. So. Nein, lass mich in Ruhe. Ui. Ne, Mario, nicht da dranhauen. So. Ui, 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 der war knapp, der war knapp, der war knapp, der war knapp, der war knapp. Nur noch zwei, Leute, nur noch zwei. Ja, je, je, je. Ich trau mich nicht darauf. Jetzt. Und runter. Scheiß. So, jetzt habt ihr, ihr hebt mich auf. Du gehst down. So, Mario, kannst du langsam mit dem Hammer aufhören. Dankeschön. Und. Endlich. Cranky, das war ja Cranky eigentlich. Der alte Kong, das war doch Cranky. Cranky ist doch der erste Donkey Kong aus dem Spiel hier. Puh. 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 Endlich fertig, Leute. Puh. Spiel. 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 Nee. Hallo. Spiel. Hey. Nee. Leck das jetzt, oder ist das vom Spiel her? Dann wird nochmal, ah, ich würde gerade einen Safe State laden. Sorry, Leute, hat ein bisschen länger gebraucht. Und damit ist die Welt mit Donkey Kong auch beendet. Oh Gott. Neffiges Tildoey. Reich, ne, auf, von einem einzigartigen Sonderpreis. Für nur zwei Mütze darfst du nochmal spielen. Nee. Der meint jetzt Nintendo Mütze, die hole ich mir jetzt nicht, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich will euch noch was anderes zeigen. Uns fehlen ja noch Bananen. Mit Tiny fällt uns noch Bananen und mit. Junkie, Junkie, mein Kong, 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 Mie, Bong, Mie. Tossi. Okay, okay. Leute, wenn wir in dem Part die Welt komplett machen, dann wartet euch im nächsten Part. Ah, je. Eine Überraschung, wenn alles gut läuft. Ja. Wieder einmal eine Überraschung für euch. Weg, dann. Nein, 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 nein. Der momentan sind Erdbeben, der muss Aufmerksamkeit braucht von uns. Tadadadam. Weg. Und. Tadadadam. Arschbombe, Münzen für Tiny, Munz, Munz, Munzen für Tonikon, Munzen, Munzen, so, Tiny für nur noch 15 Bananen, wo 10 sind, wissen wir noch, aber dann wo die letzte, wo ist die letzte Bananenschule für, oh, Tanki Ballon, äh, Tanki Ballon, gutes deutsch, Sandra, Tanki Ballon, so, so, ich würde sagen, wir wechseln mal zu, Junkie, Junkie, unseren Lieblingsaffen, weg, so, und wir, uns werden noch 5 Bananen mit Tiny Kong, die suche ich dann aus Green weiter, bis ich dann die habe, ich glaube, mit Junkie haben wir jetzt alle Bananen, Ich liebe Junkie schon, sogar Dann haben wir uns zuerst mal den ersten Ballon Nee, ich habe den Schalter nicht aktiviert, ach, scheiße Ich kann mit Junkie haben wir dann alle Bananen, wenn wir hier, ah je Aua, das hat weh Aua, das hat weh Wieso bist du auch gerade da oben, du scheiße Teile, ich stirb Ich kann euch Dinger nicht leiden, ey Ich bin halt ein bisschen genervt, dass man das noch nicht gemerkt hat Was man das noch nicht gemerkt hat Hi Ich bin Junkie so geil Ich bin mal trainiert, zieht ihr das, Leute Wo ist der Ballon, Balloni Balloni, Balloni, Balloni Ich habe hier unten Arschbombe Ja, wir haben alle, wir haben mit Junkie, die war da auch schon komplett Die Welt ist beendet, Leute, mit Junkie, jetzt versuchst du noch 5 Bananen mit Tiny Opsa Wo sind die Bananen, das kann jetzt nicht Was gehört schon auf Bananen? Ja, da, 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 nein Ah je, waren da Bananen irgendwo? Nee, Bildschirm, nicht schwarz werden Ja, Leute, ich such die letzte Bananen-Schule auf Screen weiter, wir sind interessant, wenn ich sie gefunden habe Ja, Leute, da sind wir wieder Hier bei Junkie 65 und ich habe jetzt Bananen gefunden Und guckt mal, wo sie waren, das ist so Ich habe wieder so ein Assi-Versteck Und Wir sind fertig, Leute Jetzt gehen wir zum Endgegner Wir gehen jetzt zum Endgegner End-Boss-Zeit Schauen wir doch mal hier nach 200 200 Stück Ja, Leute, wie gesagt, alles gut läuft, nächstes Pack eine Überraschung Wir sehen uns dann später Und Ich sag mal GG, adieu Bis zum nächsten Mal hier bei Donkey Kong 64 Bis zum nächsten Mal hier bei